Herzlichen Dank dem Bundesminister Dr. Gerd Müller. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Armin, in der Runde. Und auch die beiden Stiftungsvorstände sind in der Runde. Frau Dr. Olivia Henke. Guten Morgen. Und Peter Renner. Guten Morgen. Danke, dass Sie dabei sind. So, ich gehöre auch dazu. Ich bin Botschafterin der Allianz und mein Name ist Nina Rucke. Der zweite junge, kraftvolle Akteur ist der gemeinnützige Verein Sports for Future, gegründet im Sommer 2019. Das Ziel, den Sport versammeln für den Klimaschutz. Also Sportler, Vereine, Verbände, Fans und Förderer versammeln, um dem Klimawandel gemeinsam zu begegnen. Über 230 Unterstützer sind bereits dabei und rund 22 Millionen Sportlerinnen und Sportler können so erreicht werden. Anwesend sind hier in der digitalen Runde. Der Unterstützer schlechthin, nämlich sowohl der Allianz für Entwicklung und Klima als auch des Vereins Sports for Future. Mit seiner Privatstiftung fördert er die TSG Hoffenheim, welche wiederum eine der Initiatorinnen von Sports for Future ist. Toll, dass Sie dabei sind. SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp, guten Morgen. Guten Morgen, Dankeschön. Da ist auch der Gründer von Sports for Future, natürlich der erste Vorsitzende des Vereins und Berater in Nachhaltigkeitsstrategien. Auch für die TSG Hoffenheim, Stefan Wagner, willkommen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir teilen uns ja im Bildschirm, deswegen bleibe ich ein bisschen auf Abstand. Super. Und da ist die Repräsentantin von Sports for Future, Hockey-Nationalspielerin, olympische Bronzemedaillengewinnerin, Siegerin der Deutschen Hallenmeisterschaft beim Mannheimer HC und Initiatorin des Hockeywaldes in Südafrika. Das ist ein Aufforstungsprojekt. Nike Lorenz, guten Morgen. Guten Morgen. Toll, dass Sie alle dabei sind. Sie stehen alle für Ihre Fragen zur Verfügung, liebe Pressekollegen und Kolleginnen. Wenn Sie denn angemeldet sind für dieses Pressegespräch. Ich darf auch gleich bitten, Ihre Fragen in den Chat zu schreiben. Dazu bitte angeben, an welchen Panel Teilnehmer die Frage gerichtet ist und natürlich auch Ihren Namen und Ihr Medium dazusetzen. Wir haben Zeit für die Beantwortung Ihrer Fragen bis 10 Uhr. Zunächst braucht ihr natürlich noch ein bisschen mehr inhaltlichen Input. Der kommt von drei der eben genannten. Als erstes darf ich den Bundesminister bitten. Dr. Gerd Möller, bitteschön. Ja, vielen herzlichen Dank. Die Bedeutung des Klimaschutzes ist jedem klar. Und wir wollen nicht nur die staatlichen Rahmenvoraussetzungen dafür schaffen, sondern jeder an seiner Stelle kann und muss Verantwortung übernehmen. Fridays for Future auf der Straße. Diese Bewegung der jungen Generation, die wollen wir zu konkreten Aktionen führen. Klimaschutz in den Schulen, Einzelpersonen, Unternehmer, die vorausgehen, wie Mahob und viele andere. Zu verhindern, dass Afrika die nächsten fünf oder zehn Jahre komplett auf Kohlekraftwerke seine Energiepolitik aufbaut. Wir investieren in erneuerbare Energien in Afrika und in anderen Ländern. Es ist wichtig, dass die Wälder erhalten werden. Regenwaldschutz. Stellen Sie sich vor, allein die brennenden Regenwälder jedes Jahr, Amazonas, Kongo, Becken, Indonesien, verursachen 11 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Was gilt es zu verhindern? Jetzt kommt Ihr Partner im Geiste. Sie engagieren sich schon lange gemeinsam, Sie beide, so zum Beispiel mit Projekten der TSG Hoffenheim in Afrika. SAP wird erklärtermaßen bereits 2025 CO2-neutral sein. Und in diesem Jahr hat SAP eine neue Softwarelösung herausgebracht, mit der man CO2-Emissionen in der Wertschöpfungskette messen kann. Also ganz klar ein Pionier im Klimaschutz. Hier und heute ist er als Unterstützer des Kooperationspartners Sports for Future, der Stifter und erklärte Klimaschützer Dietmar Hott. Bitte schön. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister Dr. Müller. Ich freue mich sehr, dass die Initiative Sports for Future des Bundesregisten TSG 1899 Hoffenheim künftig mit der Kampagne Sports for Trees der Bundesregierung kooperiert. Wir alle leben in schwierigen Zeiten. Aktuell lehrt uns Corona, wie verletzlich, teilweise machtlos wir der Natur ausgeliefert sind, wenn sie sich gegen uns wendet. Zeitgleich beschäftigt uns eine nicht minder große Herausforderung, nämlich die Klimakrise. Sie wird sich weiter verschärfen und erfordert unsere höchste Aufmerksamkeit und eine sicherlich noch längere Kraftanstrengung. Wir sind gefordert, die Klimakatastrophe noch abzuwenden. Es ist unsere Aufgabe, diesen Planeten für nachfolgende Generationen zu schützen. Hierzu zählt die Rückgewinnung von Natur, durch das Aufforsten von Wäldern CO2-Speicher zu gewinnen und die Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika. Der Gedanke über Sports for Future, die Möglichkeiten des Sports zu nutzen, um möglichst viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter für die Bewältigung der Klimakrise zu gewinnen, hat mich sofort begeistert. Wir müssen aus vielen kleinen Impulsen einen großen machen. Wir möchten mit einfachen Maßnahmen, zum Beispiel über die Zuzahlung eines Euro zu einer Fußball-Eintrittskarte für einen Baumsetzling viele Menschen bewegen, sich zu beteiligen. So können wir gemeinsam Großes schaffen. Deshalb freue ich mich, dass wir mit der Dietmar-Hopp-Stiftung einen ersten größeren Beitrag leisten konnten und diese Initiative an den Start zu bringen. Corona-bedingt wird es natürlich noch eine Weile dauern, bis die TSG Hoffenheim Geld für Baumsetzlinge über den Ticketverkauf generieren kann. Ich weiß von Stefan Wagner, dem Vorsitzenden von Sports for Future, dass bereits erste Projekte angestoßen wurden, Auffassungsprojekte in Afrika in der Umsetzung sind und sich bereits viele Akteure aus dem Sportumfeld bereit erklärt haben, Sports for Future zu unterstützen. Wo wir sonst im sportlichen Wettschreit gegeneinander antreten, eint uns hier das gemeinsame Miteinander. Deshalb möchte ich jede Sportlerin und jeden Sportler und die vereinsverantwortlichen Unternehmen rund um den Sportfans und auch Sportveranstalter darum bitten, sich dieser Idee anzuschließen. Lasst uns zeigen, dass der Sport bereit ist für echten Klimaschutz. Wir können Vorbild dafür sein, dass wir gemeinsam alles schaffen können. Ich danke Herrn Minister Dr. Müller. Mir persönlich ist die Bewältigung der Klimakrise zu einer Herzensangelegenheit geworden. Wenn wir uns zusammen diese Herausforderung als Gesellschaft annehmen, haben wir eine Chance. Lassen Sie uns diese nutzen. Herzlichen Dank. Danke, Dietmar Hopp. Ihrem Appell kann man sich natürlich nicht entziehen. Und danke für die großzügige Anschubfinanzierung von Sports for Future. Sie kannten den Gründer des Vereins von der TSG Hoffenheim und wussten, was der anpackt. Das gelingt. Hier ist der erste Vorsitzende des Vereins Sports for Future, Stefan Wagner. Bitte. Bitte. Entschuldigung, das dauert eine Sekunde. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Ruge, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Vorstände der Allianz, lieber Dietmar Hopp, sehr geehrte Damen und Herren der Medien im Stream, liebe Nico Lorenz. Zunächst einmal herzlichen Dank Ihnen, Herr Bundesminister, sowie allen Beteiligten für das Zustandekommen dieser Kooperation. Über Sports for Future haben wir seit dem Start unterstützt, neben der TSG Hoffenheim von Werder Bremen, dem Vorführer Osnabrück, der deutschen Sportjugend Global United oder auch Fabian Hambüchen, Jacqueline Otschere und Anni Friesinger viele Akteure versammelt, die über den Sport für Klimaschutz einstehen wollen. Kleine Vereine, ebenso wie zuletzt der DFB, alle gemeinsam, haben wir schon gehört, repräsentieren mehr als 22 Millionen Sportlerinnen und Sportler. Diese und hoffentlich noch mehr Menschen für den Klimaschutz und eine nachhaltige Entwicklung zu gewinnen, und das ist die Chance, die wir mit der Allianz gemeinsam haben. Angesichts der enormen Bedrohungen durch die Klimakrise wollen wir das in die Waagschale werfen. Dafür haben wir, danke an Mutabor für die großartige Unterstützung, die Kampagne Spots for Trees entwickelt. Die Idee, auf positive Weise ganz einfach Menschen in ihrem Alltag zu erreichen und zu sagen, du bist wichtig, deine Entscheidung ist wichtig, indem du den Euro-Wechselgeld an der Kasse des Heimatvereins in die Baumsportdose steckst, online ein Klimaticket kaufst, dein Pfandgeld spenden, Patenschaften übernimmst. Vieles mehr. Damit werden konkret Klima- und Entwicklungsprojekte unterstützt, die wir gemeinsam mit unseren Partnern My Climate, der Senaga Foundation, dem WWF, schon begonnen haben. In Kenia, Tansania, Nigeria, im Senegal und im Kongo. Der nächste Schritt ist es, die Vereinsvorstände, Entscheiderinnen und Entscheider, die wir den Sport erreichen, dafür zu begeistern, den eigenen CO2-Fußabdruck zu betrachten, zu reduzieren und was verbleibt zu kompensieren. Dafür ist dann die Allianz da. Das ist der Gedanke dieser Kooperation. Wir können zeigen, dass wir als Sportgemeinschaft, als Gesellschaft bereit sind, den notwendigen Wandel positiv zu gestalten und auch die nötigen politischen Lösungen, die wir natürlich über dies brauchen, mitzutragen. Ich danke Dietmar Hopf von Herzen für das Engagement, das für uns Ansporn und Startschuss zugleich ist für dieses gemeinsame Projekt des Sports, zu dem wir euch alle herzlich einladen. oder auch Ready, Steady, Grow. Wir haben schon eine Reihe von Unterstützerinnen gefunden und die haben wir in einem Film zusammengefasst. An dieser Stelle hatten wir gehofft, diesen zeigen zu können, weil dort einige interessante Partner mit dabei sind. Hallo. Hallo. Servus. Hi. Hallo zusammen. Moin. Hallo. Hi. Hallo. Als Unterstützer der ersten Stunde von Sports for Future unterstützen wir selbstverständlich auch Sports for Trees. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir eine Mitbegründer von Sports for Future waren. Deshalb ist es für uns natürlich selbstverständlich, dass wir Sports for Trees ebenfalls unterstützen. Um gemeinsam durch den Sport einen Beitrag für den Klimawandel zu leisten. Unser kleiner Dorfverein legt den Fokus voll auf die Jugendarbeit, denn das ist unsere Zukunft. Unsere Zukunft braucht aber auch ein sauberes Klima. Deshalb unterstützt der FC Bayern Sports for Trees. Der Hochschulsport Deutschlands kann und will einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und unterstützt daher die Kampagne Sports for Trees. Gemeinsam durch Sport einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, mit Begeisterung für eine tolle Sache mit dem organisierten Kinder- und Jugendsport in Deutschland. Unser Klimaticket ist da ein bewährtes Medium. Wir haben bereits schon 25.000 Bäume in Uganda pflanzen dürfen mit der Unterstützung unserer Fans, Partner, aber auch des gesamten Teams hier bei der TSG. Im ersten Step werden wir gemeinsam mit anderen Tischtennis-Stores Baumspardosen an unseren Kassen stellen, damit auch unsere Kunden an diesem tollen Aufforstungsprojekt dran teilhaben. Wir bringen nicht nur unser Netzwerk von 202 Mitgliedshochschulen ein, sondern werden auch zukünftige Veranstaltungen in den Kontext von Sports for Trees stellen. Wir freuen uns, Teil eines starken Bündnisses für unsere gemeinsame Zukunft zu sein. Wir haben im nächsten Jahr 100-jähriges Jubiläum. 100 Jahre, 100 Bäume. Das ist unsere Aktion. Das ist nur ein kleiner Anfang und es gibt noch viel zu tun. Wir unterstützen Sports for Trees durch unsere Initiative Hockeyweit und unsere Reichweite. Wir unterstützen Sports for Trees durch wissenschaftliche Analysen und Studien. Wir haben auf den Philippinen gemeinsam mit Mama Earth einen Mangrovenpark angefangen einzurichten. Unser Ziel ist bis zum Ende des Wondeklobs hier eine Million Mangroven zu pflanzen und dank eurer Hilfe kommen wir diesem Ziel deutlich näher. Hi Boris, wir würden dir gerne etwas Rückenwind schicken, und zwar durch die Anpflanzung von 100.000 Mangroven in eurem Mangrovenprojekt auf den Philippinen. Wir freuen uns, dass auch ihr Teil der Sports for Trees-Kampagne werdet. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön und ein lieber Gruß vom Südatlantik. Ökologische Nachhaltigkeit ist für unseren Verein ein sehr wichtiges Thema. Wir gehen sparsam mit natürlichen Ressourcen um. Wir versuchen Abfall zu vermeiden. Wir haben die Vision, unseren CO2-Fußabdruck bei Heimspielen bis 2030 auszugleichen. Mit meinem Zero-Emissions-Projekt und dem ganzen Netzwerk bin ich dabei, Sports for Trees zu unterstützen. Teamgeist ist für Sportlerinnen und Sportler das Nonplusultra. Gemeinsam können wir das schaffen. Es geht um unsere Zukunft, deshalb machen Sie alle mit. Nur gemeinsam können wir einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wir als Sportlerinnen und Sportler unterstützen Sports for Trees. Gemeinsam durch den Sport einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Lass es uns anpacken. Ich freue mich drauf und bin auch ein bisschen stolz drauf. Nächste Frage. Vielen Dank, Herr Minister. Von Herrn Tetzel, Chefredakteur faireconomics.de. Die Frage ist an Herrn Wagner gerichtet. Bitte schön, weil die Plätze wechseln. Mich würde interessieren, welche Projekte es schon gibt. Sie haben ja schon zumindest die Projektländer genannt, Herr Wagner. Und warum es einen Fokus auf Afrika gibt? Wir haben Projekte angefangen im Senegal und in Nigeria. Das sind Schulprojekte, die mit Aufforstung umgesetzt werden, wo in Schulen Baumschulen entstehen, die für Communities dann Baumsatzlinge herstellen, die auf Wirtschaftsbäume sind zum Teil. Wir haben im Kongo ein Aufforstungsprojekt begonnen, bei dem wir versuchen, Frauen zu stärken durch die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die dadurch entstehen und auch durch Sport. Warum Afrika? Wir sind nicht festgelegt auf Afrika, wenn sich Unterstützer finden, die sagen, wir wollen hier in Deutschland etwas machen, was ja dann oft als Antwort oder als Fragestellung an uns gerichtet wird. Dann ist das genauso toll. Wir wollen auch ein Stück weit den Blick schärfen dafür, dass wir voneinander abhängen, dass wir im selben Boot sind dafür, dass wir Verantwortung für die Situation in Afrika haben, dafür, dass wir Verantwortung für die Klimakrise tragen, die dort bereits viel stärker zu sehen ist als hier. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Darf ich noch etwas anderes sagen? Der Bildungsaspekt von Sport for Futures ist extrem wichtig. Und der Identifikationsaspekt. Wenn ein Herr Hopp, ein Herr Rummenigge und andere, aber auch prominente Fußballer sagen, Klimaschutz ist mir wichtig, dann erreichen diese Sportler Millionen von Menschen in Deutschland, Jugendliche. Wenn ein Gerd Müller, nicht der Fußballer, sondern ich als Politiker das sage, naja, dann erreiche ich auch einige Tausend. Herr Wagner, das tun Sie von Vereinsseite. Was werden Sie alles unternehmen? Also zunächst mal, glaube ich, ist es das Entscheidende, dass wir im Netzwerk Gehör finden. Aber das ist auch so. Selbst in Corona-Zeiten ist es so, dass auch der Sport sich in vielen Stellen tatsächlich auch hinterfragt. Das sieht man ja auch an der Taskforce der Bundesliga beispielsweise, wo ja diese Themen auch diskutiert werden. Übrigens von Fernseite aus ein sehr fundierter Vorschlag eingereicht worden ist, wie Nachhaltigkeit im Bereich Ökologie, Klimaschutz aussehen kann. Aber auch viele andere Vereine, Verbände machen sich auf den Weg, auch abseits von Sports for Future, muss man auch mal sagen. Also es gibt ja auch Mainz 05 in VfL Wolfsburg, St. Pauli, es gibt viele andere, die auch bereits unterwegs sind. Und unsere Rolle ist es, dass, wenn es geht, zusammenzufügen, unser Netzwerk zu aktivieren, wie die deutsche Sportjugend, die ganz breit, ganz tief in den Sport hinein agieren, kommunizieren können, um den letzten Schritt hinzuschaffen zu den Menschen, um ihnen dann eine Möglichkeit zu geben. Und aus dem, was man ja sonst oft sieht, so eine Art von kollektiver Nichtbetroffenheit eine kollektive Aktivität zu machen und diese Option zu bieten, um es dann einfach das Gefühl zu geben, das macht einen Unterschied, ob ich das jetzt tue oder nicht. Und dann, deswegen wollen wir das bündeln. Das ist die Idee dahinter, sodass man sich dann mit einem gemeinsamen Ziel versammeln kann. Meine Damen und Herren von der Presse, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Fragen. Und danke natürlich für das große Engagement und für die Motivation, die aus all den Antworten sprach in unserem Panel. Ich darf noch mal ein herzliches Dankeschön sagen dem Bundesminister, Herrn Hopp, Frau Lorenz, Herrn Wagner, Dr. Henke, Herrn Renner. Staatliche Maßnahmen für den Klimaschutz reichen nicht aus. Also machen wir es gemeinsam.